Die 16-jährige Bernadette Brotti und die 15-jährige Kirsten Costas besuchen die gleiche Klasse der Myra Monte High School in Orinda in Kalifornien. Kirsten, die wohlhabende Eltern hat, ist im Schwimmteam der Schule und außerdem Cheerleader, eine Position, um die sie von einigen anderen Mädchen beneidet wird. Darüber hinaus arbeitet sie im Schülerbüro und ist an der ganzen Schule bekannt. Selbst die Schülerinnen, die sie nicht persönlich kennen, wissen, wer sie ist. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Im Juni 1984 erhält Kirsten eine Einladung zu einer Party der Bobolinks, einer Gruppe der Schule, die unter anderem dafür zuständig ist, im Rahmen von Fundraisings Geld für verschiedene Aktivitäten der Schüler zu organisieren. Die Gruppe erinnert stark an eine Studentenverbindung und vor allem die populären Schülerinnen sind sehr daran interessiert, der Gruppe anzugehören. Kirsten, die selbst neues Mitglied dieser Gruppe ist, nimmt an, dass sie deswegen eingeladen wurde. Bernadettes Familie, die ursprünglich aus Italien stammt, ist nicht so wohlhabend wie die von Kirsten. Sie hat noch fünf ältere Geschwister und beide ihrer Eltern müssen viel arbeiten, um den Lebensstandard der Familie zu halten. Bernadette fühlt sich dadurch ihren Schulkameradinnen, darunter Kirsten gegenüber, benachteiligt. Sie hat den Eindruck, dass die wohlhabenden Schülerinnen mehr Einfluss haben, besser ankommen und es insgesamt viel leichter als sie haben. Bernadette ist ständig frustriert deswegen und hat den Eindruck, dass sie ihre große Chance im Leben durch ihren Hintergrund verpassen wird. Außerdem hat Bernadette das Gefühl, dass die meisten der anderen Mädchen, vor allem Kirsten, einfach viel besser aussehen und dass Kirsten auch in ihrer Tätigkeit als Cheerleader bewundert wird. Dass Bernadette die Aufnahme ins Cheerleader-Team nicht geschafft hat, bestätigt sie in ihrer Meinung, dass sie einfach nicht hübsch genug sei und dass sie weniger wert als die anderen ist. Auch in der Gruppe der Schule, die für die Gestaltung des Jahrbuches verantwortlich ist, wird Bernadette nicht angenommen. Eine weitere große Enttäuschung für sie. Als sie dann in der Gruppe der Bobolinks angenommen wird, ist Bernadette sehr stolz und sieht die Chance, dadurch mit den anderen populären Mädchen mithalten zu können. Es ist allerdings keinesfalls so, dass Bernadette keine Freunde hat. Sie ist mit vielen der beliebten Schülerinnen angefreundet, doch sie will unbedingt zur populärsten Gruppe der Schule gehören und denkt sich, dass sie dies durch eine Freundschaft mit Kirsten, die ja jeder in der Schule kennt, erreichen kann. Bernadette versucht, eine Freundschaft mit ihr aufzubauen, da sie denkt, dass sie dadurch vielleicht die gleiche Anerkennung wie sie bekommen wird und dass sie auch als so perfekt wie sie wahrgenommen wird. Darüber hinaus erhält Bernadette einen Job im Schülerbüro. Diesen Job wollte sie unbedingt haben, da Kirsten dort ebenfalls tätig ist. So hat sie die Gelegenheit, Zeit mit ihr zu verbringen und sie näher kennen zu lernen. Doch Kirsten nutzt Bernadettes Freundlichkeit aus. Sie fordert sie mehrfach auf, Dinge zu erledigen, für die sie eine Strafe bekommen könnte. Da Bernadettes vor allem auf Kirstens Anerkennung ankommt, sind ihr die Konsequenzen egal und sie hilft ihr. Dennoch fragt sie Kirsten nicht direkt, ob sie mit zur Party der Bobolinks gehen möchte. Sie hat die Befürchtung, dass Kirsten ablehnen wird. Sie kennen sich zwar nun besser, dennoch zählt Kirsten, Bernadette nicht wirklich zu ihren guten Freundinnen. Ihre Freundinnen sind alles populäre Mädchen aus privilegierten Haushalten. Bernadette denkt sich deswegen einen Trick aus. Sie ruft bei Kirsten zu Hause an, als sie weiß, dass sie nicht da ist. Als Kirstens Mutter das Telefon beantwortet, erzählt sie ihr, dass Kirsten als Überraschungsgast zu einer Party der Bobolinks eingeladen sei. Als Kirsten von der Einladung erfährt, nimmt sie an, dass sie als neues Mitglied eingeladen wurde und dass ihre Freundinnen mit ihr die Party besuchen werden. Als dann Bernadette am Abend des 22. Junis vor ihrem Haus auftaucht, wundert sie sich, doch trotz ihrer Zweifel steigt sie zu ihr ins Auto und lässt sich mit auf die Party nehmen. Bernadette hat ihren eigenen Eltern erzählt, dass sie an dem Abend einen Job zum Babysitten hätte. Deswegen darf sie das Auto nehmen. Bernadette hatte ja Kirstens Mutter am Telefon erklärt, dass Kirsten als Überraschungsgast zu der Party eingeladen sei, doch die Einladung kommt ja rein von ihr persönlich und nicht von der Gruppe der Bobolinks. Als Kirsten dies klar wird, geraten die beiden in Streit. Sie möchte nicht auf Basis einer Einladung aus zweiter Hand auf einer Party erscheinen. Der Streit eskaliert schließlich so sehr, dass Kirsten Bernadettes Wagen verlässt und zu Alex und Mary Jane Arnold flüchtet, einem Palm, das in unmittelbarer Nachbarschaft der Party wohnt. Bernadette hat Angst, dass sie nun ihren Ruf ruiniert hat. Kirsten wird ihren Freundinnen zweifellos von dem Abend erzählen und Bernadette befürchtet, dass sie zum Gespött der anderen werden wird. Kirsten erzählt den Arnels währenddessen, dass ihre Freundin sich seltsam benehmen würde. Sie versucht, von den Arnels aus ihre Eltern anzurufen, um sich abholen zu lassen, doch bei ihr Zuhause geht niemand ans Telefon. Alex Arnold bietet ihr schließlich an, sie nach Hause zu fahren. Als sie unterwegs sind, bemerken sie einen anderen Wagen, der ihnen hinterherfährt. Dies ist Bernadette Brotti. Alex kennt Bernadette nicht und Kirsten hat den Namen ihrer Freundin nicht erwähnt. Alex denkt sich auch zunächst nichts Besonderes dabei. Doch als sie am Haus der Kostas angekommen sind und Kirsten ausgestiegen ist, sieht Alex eine Person aus dem anderen Wagen steigen und auf Kirsten zurennen. Als nächstes sieht er einen Gerangel zwischen den beiden und beschreibt später, dass er dachte, dass sie sich geschlagen hätten. In Wirklichkeit allerdings hat die andere Person, bei der es sich um Bernadette handelt, ein Messer und sticht immer wieder auf Kirsten ein. Nachdem sie ihr fünf tiefe Stichverletzungen zugefügt hat, flüchtet sie in ihrem Wagen, einem Pinto. Kirsten rennt noch schwer verletzt zu den Nachbarn, die einen Krankenwagen für sie anrufen. Doch es ist bereits zu spät. Kirsten stirbt am gleichen Abend im Krankenhaus. Obwohl die Tat von Alex Arnold beobachtet wurde, hat er nicht genug erkannt, um sagen zu können, wer die Person gewesen ist, die auf Kirsten eingestochen hat. Auch das Auto, das er beschreibt, bringt die Polizei nicht weiter. Alex kann das genaue Modell nicht nennen und Kleinwagen gibt es in der Gegend natürlich Hunderte. Kirstens Mutter hat keine Ahnung, wer das Mädchen gewesen ist, das ihr telefonisch die Einladung an Kirsten ausgerichtet hatte. Bernadette fährt nach der Tat nach Hause und macht gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Hund einen Abendspaziergang. Nichts an ihrem Verhalten an diesem Abend oder auch in den nächsten Tagen lässt darauf schließen, was sie gerade getan hat. Sie lässt sich einfach überhaupt nichts anmerken. Der Fall sorgt in den ganzen USA für großes Aufsehen. Es heißt, ein Irrer sei in Orinda unterwegs, der junge Mädchen attackieren würde. Die Polizei befragt die Schüler aus Kirstens Klasse und natürlich auch die anderen Teilnehmer der Party der Bobolinks. Zunächst fällt der Verdacht auf Nancy Kane, ebenfalls eine Mitschülerin der beiden. Sie trägt Punk-Klamotten, was die anderen Mädchen für seltsam halten und sie hat sich von den populären Gruppen der Schule bewusst abgegrenzt. Offenbar hatten Kirsten und einige andere sich bereits deswegen über Nancy lustig gemacht. Nancy selbst hat nichts Positives über Kirsten zu sagen und behauptet, dass sie nur auf ihre eigene Popularität geachtet hätte und dies sei oft auf Kosten der anderen gegangen. Nancy hätte nichts mit ihr oder ihrem Freundeskreis zu tun haben wollen. Allerdings hat sie für den Abend der Tat ein Alibi. Sie war bei ihrem Freund, wo sie noch von mehreren anderen Personen gesehen wurde. So kann die Polizei den Verdacht Nancy gegenüber ausschließen. Doch in der Schule herrscht bereits die einschlägige Meinung, dass sie für Kirstens Tod verantwortlich ist. Nancys Mutter lehnt es ab, dass ihre Tochter bei der Polizei einen Lügendetektortest macht und nimmt Nancy schließlich von der Schule. Da die Polizei nicht feststellen kann, was am Abend des 22. Junis geschehen ist, wird schließlich sogar das FBI involviert. Mehrere der Schülerinnen, darunter auch Bernadette, unterziehen sich schließlich Lügendetektortests. Das Ergebnis von Bernadettes Test ist nicht eindeutig. Die Ermittler können ihr Alibi, dass sie babysitten war, nicht bestätigen und nachdem herauskommt, dass sie gelogen hat, was ihr Alibi betrifft, wird sie genauer unter die Lupe genommen. Die Polizei hat noch nichts in der Hand, um Bernadette irgendetwas nachzuweisen, doch sie wird erneut zu einem Verhör bestellt, dieses Mal mit einem FBI-Agenten. Bei dem Verhör mit ihm macht sie einige fragwürdige Aussagen. Der Agent erklärt ihr zum Beispiel die Theorie, dass Kirsten von einer Person, die sie beneidet hätte, angegriffen wurde. Als er weiter ins Detail des Täterprofils geht, sagt Bernadette schließlich, Zitat, das hört sich nach mir an. Diese Aussage reicht nicht, um Bernadette irgendetwas nachzuweisen, doch die Hinweise auf ihre Tatbeteiligung verdichten sich. Nach dem intensiven Verhör mit dem FBI-Agenten entschließt Bernadette sich allerdings freiwillig, ihre Tat zunächst ihren Eltern zu gestehen. Sie schreibt ihnen über Nacht einen Brief. Am nächsten Tag findet ihre Mutter den Brief, den sie ihr liegen lassen hatte. Darin beschreibt Bernadette den Abend und dass sie es gewesen sei, die Kirsten umgebracht hätte. Sie schreibt, dass sie zwar mit der Tat leben könne, dass sie sie aber nicht vollständig ignorieren könne. Sie hätte nun erkannt, dass sie einer ganzen Menge Menschenschmerz zugefügt hätte und sie hätte sich entschlossen, damit aufzuhören. Bernadettes Mutter kann nicht glauben, was sie dort liest. Sie fährt sofort zur Schule, holt Bernadette ab und fährt mit ihr zur Polizeistation. Sie erklärt ihrer Tochter, dass sie nun genau die Vorgänge des Abends schildern müsse und Bernadette gibt ihr Geständnis zu Protokoll. Nachdem nun die Identität der Täterin feststeht, geht der Fall erneut durch die Medien. Dass es sich um eine gleichaltrige Mitschülerin von Kirsten handelt, sorgt für Entsetzen. Niemand will es sich vorstellen, dass Unstimmigkeiten zwischen Teenagern so sehr eskalieren können, dass sie tödlich enden. Doch es gibt auch einige kritische Stimmen, die die privilegierte Gesellschaft anprangern. Die wohlhabenden Eltern würden ihren Kindern von klein auf vermitteln, dass sie etwas Besseres seien, so dass die Kinder aus Familien mittleren Einkommensklassen sich diesen Kindern gegenüber automatisch ausgeschlossen und benachteiligt fühlen würden. Darüber hinaus nutzen viele der besser gestellten Jugendlichen dies auch noch aus, um sich vor ihren Freunden über die anderen lustig zu machen und sie zu mobben. Während Kirsten Bernadette nicht direkt gemobbt hat, hat sie sie zumindest Dinge für sich erledigen lassen, für die sie selbst hätte bestraft werden können. Nachdem Kirsten Bernadette an dem Abend stehen lässt und zu den Ahnels geht, fürchtet Bernadette, ihren ruiniert zu haben. Darüber hinaus ist der Verdacht ja zunächst auf die völlig unbeteiligte Nancy gefallen, aufgrund ihres Stiles und ihrer Entscheidung, sich nicht von den Gruppenzwängen an der Schule beeinflussen zu lassen. Dies spricht sehr stark dafür, dass an dieser Schule starke Stigmatisierungen von Personen stattgefunden haben, die nicht versucht haben, sich den populären Klicken anzupassen oder die in den Augen dieser Gruppen nicht dazu passten. Dies alles rechtfertigt natürlich keinen Mord, aber es macht die Frustration der Jugendlichen, die nicht zu den Reichen und Schönen gehörten, schon nachvollziehbar. Was viel diskutiert wird, ist, ob Bernadette den Mord an Kirsten geplant hat oder ob er spontan aus dem Streit heraus, der vor der Party stattgefunden hat, zustande gekommen ist. Bernadette selbst behauptet, dass das Fleisch am Messer, das sie für die Tat verwendet hat, bereits im Wagen ihrer Familie gewesen sei. Ihre Schwester hätte es dort deponiert, um sich während ihrer Arbeitspausen damit Gemüse zu schneiden. Bernadettes Schwester bestätigt dies auch vor der Polizei, doch die Ermittler wollen nicht so recht glauben, dass jemand ein Messer mit einer Gesamtlänge von 46 Zentimetern zum Gemüseschneiden im Auto liegen hat. Andere behaupten, Bernadette hätte das Messer an dem Abend bereits in Vorbereitung auf die Tat gezielt eingepackt. Darüber hinaus sei Bernadette auch gar nicht so gekleidet gewesen, als wolle sie eine Party besuchen. Dies würde ebenfalls darüber Aufschluss geben, dass sie von vornherein geplant hatte, Kirsten an dem Abend umzubringen. Doch offenbar wollte Bernadette ja mit Kirsten befreundet sein und hatte ihr bereits zuvor bei ihrer Arbeit im Schülerbüro einige Gefälligkeiten getan und dadurch sogar die Schulregeln gebrochen. So wäre sie vermutlich von ihrer Tätigkeit im Schülerbüro und dadurch auch von einigen anderen Privilegien befreit worden, wenn sie erwischt worden wäre. Wenn der Abend auf der Party nach Plan verlaufen wäre, also wenn Kirsten und Bernadette an dem Abend gemeinsam Spaß gehabt hätten, hätte Bernadette sie dann auch angegriffen? Die Staatsanwaltschaft kann dies nicht zweifelsfrei nachweisen und so wird Bernadette wegen Totschlages und nicht wegen Mordes angeklagt. Da sie zudem ja selbst noch minderjährig ist, erhält sie eine Haftstrafe von neun Jahren. Im Gefängnis macht sie ihren Schulabschluss und wird dann vorzeitig nach sieben Jahren Haft im Alter von 23 Jahren entlassen. Kirstens Familie, die nach der Tat nach Hawaii gezogen ist, spricht sich deutlich gegen ihre Freilassung aus. Bernadette hat nach der Entlassung ihren Namen geändert, geheiratet und mehrere Kinder bekommen. Sie soll eine solide Karriere gemacht haben. Im Jahr 1994 erscheint ein Film über den Vorfall, in dem Kirsten von Terry Spelling dargestellt wird. Er heißt The Death of a Cheerleader. Was denkt ihr, hat Bernadette die Tat geplant oder wollte sie sich tatsächlich nur mit Kirsten anfreunden und die ganze Sache ist erst eskaliert, als sie merkte, dass das so nicht funktioniert? Lasst mir wie immer gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Denkt auch daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Dadurch kann es von mehr Leuten gesehen werden und aktiviert noch die Glocke, dann werden euch meine neuen Videos meist vorgeschlagen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.